und heute mal das ganze wieder so ein bisschen zurück auf h1c1 so wir fangen gleich mal volle karacho volles karacho an den wir hier richtung container uns begeben schauen wir gleich mal oh ja shotgun nice ok 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 mate kein problem Ja, jetzt ist die Frage. Wo ist er hin? Wo hat er sich hin verzogen? Wo versteckt er sich? Ach, da hinten. Ah, nee, irgendwie... Naja, wenn nicht wirklich. Du kannst mich nicht mehr sehen. Das kann ich... Ich stehe hinter der Wand. Das geht doch gar nicht. Hacker! Hacker! Sag mal, bist du ein Pädo oder was? Würdest du mich hier reinlocken? Oh, na gut. Ich hau mal ab hier. Viel Spaß. Let's kill this dude. Ach du Scheiße. Wer kommt denn jetzt noch? Oh, der rennt hier rein. Der ist auch noch drin oder was? Okay, dann nehme ich mir jetzt ein Auto hier. Ey, danke für das Auto. Danke, ciao. Oh, shit. Das ist halt eigentlich nicht mein Motor. Oh, was du? Get shrecked, mage. Get shrecked. That's what you get. Haha. Okay. Vielleicht nicht so eine gute Idee hier lang zu fahren, aber da vorne läuft sogar einer. Okay. Ich wollte die gerade abschießen. Also es ist 2 gegen 1 gegen 1, wie es aussieht, weil es sind noch 4 Spieler und die sind in einem 2er Team. Jetzt ist es 1 gegen 2. Das ist jetzt kacke. Das finde ich jetzt echt kacke. Wenn ich die mal sehen würde. Ich sehe sie einfach nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Da hinten. Okay. Muss man schon in den Helfgate reinziehen? Nein, die sind im Vorteil. Wenn das Gebiet kleiner wird, muss ich vorlaufen. Das ist die Kacke. Ich kann jetzt nur auf Lucky Shots hoffen. Wie viel Muni habe ich? Eigentlich genug, ja. 60 Sekunden habe ich noch. Okay. Ja, das ist irgendwie kacke, ne? Ähm. Ah. Okay. Nein! Fuck, ey, so ein blödes Zweierteam. Mann! Oh, nee, ey. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich den getroffen habe, aber wir haben sechs Leute gekillt, ja, ganz alleine. Okay, da hinten sind die. Okay, der eine hat wahrscheinlich das Auto von dem anderen geklaut, so wie es aussah. Oh, da hinten läuft auch noch jemand. Seht ihr den? Da hinten auf dem Feld? Bringt mir aber echt nicht viel, weil ich habe keine Sword Rife und die Piste wird mir nicht viel bringen auf die Distanz. Deswegen muss ich da echt schauen, dass ich jetzt in dem Lager hier vielleicht noch fix eine Waffe finde. Oh, ich glaube, der ist hier sogar im Lager. Ja, da kommt er. Und da vorn steht sogar noch ein Auto. Fuck, ey. Wo ist denn der Typ? Wollt ihr eigentlich hier den Motorradhelm noch haben? Ja, ich muss hier an das Loot von dem, an dem Typen ran. Ja, okay, nee. Wir machen es anders. Ich klau mir hier das Auto. Versuch hier rein. Schön andeuten. Ich glaube, er hat keine Muni mehr. Ja, er hat keine Muni mehr. Er hat keine Muni mehr. Er hat keine Muni mehr. Wie viel Muni habe ich noch? Yo, man. Du willst du zusammensteigen? Team, 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 team. Friendly. Get schreckt, mate. Get schreckt. Okay. Thanks for the car, man. Thanks. No worries, dude. I had to go. Sollen wir uns wirklich... Oh. Okay, einen haben wir. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite hin? Wo hat er sich versteckt? Das meinte ich, ne? Fuck, ich habe gerade richtig ver-aimt. Ich hätte erstmal weg springen sollen. Ah, Platz 10. Genau noch Platz 10, ey. Wenigstens die Kiste noch. Aber vier Kills. Puh. Huiuiui. Hast du vielleicht süß? Von Davon programmes Cant哦.